Was dieses Grenzwert.org ist? Grenzwert.org, das ist eine Haltung, ein Zustand. Was für eine? It's the greatest channel on YouTube you can watch. I just love it, because right here on this set, I met my best buddy for the first time. Come to Papa. Grenzwert.org, das ist krank, einfach krank. Verderbt unsere Jürgen? Na du knackig. Ich mag diesen Kanal. Ich auch. Me too, me too, me too. Ich meine, ich auch. Und ich erst, der so anspruchsvoll. Grenzwert.org. Wie schreibt man dieses Grenzwert.org? Also ich kann nur sagen, würde ich noch leben. Ich hätte diesen Kanal abonniert.